Was geht ab, Leute? Euer Fraps ist hier, heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video werden wir uns mal wieder den neuen Gegenschein-Shop anschauen, vom 13.04.2021. Bevor es doch damit losgeht, Freunde, lasst doch gerne mal einen Daumen da. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, dann würde ich eigentlich sagen, wir switchen direkt in den Battle Royale-Shop. Was haben wir hier heute am Start? Let's go! Okay, warum sind die Brays schon wieder da, oder? Sind das die anderen? Naja, schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Was haben wir so sonst am Start? Alles ist relativ gleich geblieben, fangen wir einfach mal mit der Flow an. Der Flow nach 29 Tagen zurückgekehrt, 6x im Shop. Rasender Ansturm nach 28 Tagen zurück, 23x im Shop. Wir haben hier Schmetterinchen nach 27 Tagen und 10x im Shop drin gewesen. Wir haben hier die Einsatzleiterin nach einem Monat und 19x im Shop. Wir haben hier die beschlagene Hacke nach 26 Tagen und 39x im Shop. Und zu guter Letzt haben wir hier Pizza Party nach 21 Tagen und 22x im Shop. Dann geht es auch schon weiter hier einmal nach oben. Alles was ihr jetzt hier sehen könnt, die ganzen Superhelden-Skins und die Accessoires, waren jetzt nach einem Monat wieder drin. Und zwar waren die bis jetzt auch sogar 9x im Shop gewesen. Ich habe die weibliche Version hier geholt. Ihr könnt ja entscheiden, worauf ihr so Bock habt. Ansonsten ist eigentlich nicht wirklich etwas neu. Ich persönlich finde diese Rücken-Accessoires uns so richtig cool. Und halt hier den ersten Scan, ansonsten eigentlich nichts Besonderes. Dann switchen wir natürlich gerne in den Rettet-die-Welt-Modus und schauen uns dann dort nochmal an, was da draußen in der Weltnis denn so abgeht. So, wir haben das Nahkampf-Lammer für 200 V-Bucks am Start. Im Gegenstand-Shop ist relativ nichts Neues hier, wie ihr sehen könnt. Und ja, eigentlich, Freunde, sollte es mit dem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Ich wäre dann somit draußen und würde sagen, Freunde, wir hören uns im nächsten Video. Haut rein, geht mit dem Flow, euer Fraps und ciao.